Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 29. Oktober 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten im Süden des Landes. Eine schlechte Nachricht für die ukrainische Seite erreicht uns heute von der Dnipro-Frontlinie. Der russische Kommandeur der Heeresgruppe Dnipro, Generaloberst Oleg Makarewitsch, wurde seines Amtes enthoben. Das behaupten heute gleich mehrere russische Militärangehörige. Der Grund dafür waren bewusste Falschmeldungen nach oben, die nun ans Licht gekommen sein sollen. Diese regelmäßigen Falschmeldungen waren ein Vorteil für die ukrainische Seite, weil die russische oberste Militärführung häufig dachte, dass es keine Probleme an diesem Frontabschnitt gibt. So konnte die Ukraine teilweise operieren, ohne eine Reaktion der russischen Streitkraft zu befürchten. Im Mai, nach der Errichtung des Brückenkopfes an der Antonovskebrücke, blieben zum Beispiel Warnungen russischer Militärblogger unerhört. Die Tatsache des Brückenkopfes wurde damals nicht oder nur beschönigt nach Moskau berichtet. Nun soll Michael Teplinski das Kommando übernehmen, der als Kommandeur der russischen Luftlandetruppen bekannt ist. Gegeben erste Aussagen wird dieser Personalwechsel in russischen Militärkreisen begrüßt. Die Situation an der Frontlinie bleibt im Wesentlichen unverändert. Einige ukrainische Militärs veröffentlichten heute ein Video aus der Siedlung Krynk und bestätigten die Präsenz ihrer Marineinfanteriekräfte in diesem Dorf. Allerdings ist nicht die Rede von einer vollen Kontrolle des Dorfes. Wo die ukrainischen Kräfte aktuell einige Häuser halten, wissen wir nach wie vor nicht. Deshalb bleibt ein großer Teil des Dorfes weiter in der grauen Zone. Das wäre alles zur Dnipro-Frontlinie. Wir springen weiter in Richtung der Saporizhia-Frontlinie. Dort bleibt die Situation ebenfalls im Wesentlichen unverändert. Es kommt zu beidseitigen, gegenseitigen Angriffen an den Abschnitten Verbove und Roboterne. Im Wesentlichen wird keine Bewegung registriert. Der russische Okkupationsabgeordnete Ragorsin spricht heute von einer erhöhten Aktivität der ukrainischen Seite an diesem Frontabschnitt. Russische Militärblogger sprechen von einem intensiven Beschuss der Siedlung Verbove mit Treumunition. In den nächsten 24 Stunden werden weitere ukrainische Angriffe erwartet. Soviel zum Süden der Ukraine. Weiter geht's in Richtung Donbass. Südlich der Stadt Marienka kommt es weiter zu Stellungskämpfen um ausgebaute Stellungssysteme. Konkret um das ausgebaute Stellungssystem Sverdnyets, welches hier zu sehen ist. Neue Drohnenaufnahmen zeigen den Artilleriebeschuss ukrainischer Positionen in der Nähe von diesem Stellungssystem. Beschossen werden ukrainische Positionen an zwei Wallstrichen. Nämlich zum einen an diesem Wallstrich und zum anderen an diesem Wallstrich. Diese Bereiche liegen in der grauen Zone. Wir haben also einen Hinweis dafür, dass die Ukraine diesen Bereich aktuell kontrolliert. Die Information wird weiter überprüft. Womöglich wird es hier bald eine Veränderung an der Frontlinie geben. Als nächstes springen wir an die nördliche Flanke der Stadt Avtziivka. Die russische Streitkraft unternahm mit Besserung der Witterungsverhältnisse einen größeren Angriff westlich der Siedlung Krasnohorivka. Zahlreiche Quellen sprechen heute von erhöhter Aktivität an dieser Frontlinie. Auch russische Militärblogger sprechen wieder von verstärkten Angriffen ihrer Seite mit Unterstützung der Artillerie und Luftwaffe. Das Ziel war erneut die Eisenbahnlinie zwischen Stebove und Krasnohorivka. Russische Kräfte wurden in diesem Bereich der grauen Zone registriert. Das bestätigt, dass die russische Seite dort noch nicht vollständig Fuß fassen konnte. Damit bleibt dieser Bereich weiter umkämpft und somit in der grauen Zone. Ein ukrainischer Militärblogger spricht von der Vorbereitung eines weiteren Großangriffs der russischen Streitkraft am Abschnitt Avtziivka. Er spricht konkret von einer bevorstehenden mächtigen Angriffswelle. Ein russischer Militärblogger wiederum spricht von Vorbereitungen des Sturmes der Kokerei und Chemiefabrik Avtziivka. Das wäre dann diese Angriffsrichtung. Hier kam es übrigens auch im Laufe der vergangenen 24 Stunden zu kämpfen in der grauen Zone. Wir sehen auch, dass inzwischen ein kleiner Teil der Chemiefabrik sich in der grauen Zone befindet. Das betrifft diesen Abschnitt in der Nähe der Eisenbahnlinie. Wie gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die russische Seite hier versuchen wird, in den nächsten Tagen auf das Gelände dieser Fabrik einzudringen. Die Fabrik hat eine hohe Bedeutung am gesamten Abschnitt der Stadt Avtziivka. Gestern hatte ein russischer Militärblogger von ukrainischen Vorbereitungen für einige Gegenangriffe gesprochen. Diese haben wir heute noch nicht gesehen. Das heißt aber nicht, dass es diese insgesamt nicht geben wird. Es bleibt weiter wahrscheinlich, dass die Ukraine in den nächsten Tagen einige Gegenangriffe starten wird. Eine Klarstellung von der ukrainischen Seite gibt es heute bezüglich der angeblichen Verlegung der Kommandoposten und Stäbe aus Avtziivka. Laut ukrainischen Militärs vor Ort entspricht dies nicht der Realität. Die Information wird als ein Fake der russischen Seite bezeichnet. Und zu guter Letzt spricht die ukrainische Seite heute vom Abfangen eines weiteren Suhoi Su-25 Kampfflugzeugs der russischen Streitkraft um Avtziivka. Die Information lässt sich nicht weiter überprüfen. Weiter geht's an den Abschnitt der Stadt Bachmut. Südlich der Stadt berichtet heute ein ukrainischer Militärblogger von einem erfolgreichen russischen Gegenangriff in der Nähe der Eisenbahnlinie. Etwas später sei es seiner Seite aber gelungen, die alten Stellungen wieder zurückzuerobern, unterm Strich also ohne Veränderungen. Er spricht lediglich von einem kleinen Vorstoß in Richtung des Dorfes Odradivka. Details diesbezüglich nennt er allerdings nicht. Auf Basis neuer Drohnenaufnahmen wurden dennoch zwei kleine Korrekturen diesem Frontabschnitt vorgenommen. Zum einen südlich von Andrivka. Die ukrainische Seite wurde an diesem Waldstrich gesichtet. Damit fällt dieser kleine Bereich von der Grauen in die Gelbe Zone. Die Veränderung ist im Wesentlichen nicht wirklich bedeutend. Das gleiche sehen wir auch nördlich von Klischivka. Auch hier fällt ein weiterer Bereich der Eisenbahnlinie unter ukrainischer Kontrolle. In diesem Fall ist das dieser in Dunkelgelb hervorgehobene Bereich. Auch hier eine unwesentliche Veränderung an diesem Frontabschnitt. Das sind wir aber schon inzwischen seit mehreren Wochen gewöhnt. Weiter geht's an die nördliche Frontlinie. Laut einem ukrainischen Militärblogger wurden russische Kräfte vom Abschnitt Kubiansk an den Abschnitt Svartovilleman verlegt. Konkret also in diese Region. Der Fokus soll laut seinen Aussagen in den nächsten Wochen auf diesen Abschnitt gelegt. Das soll die Ukraine weiter zum Manövrieren zwingen. Mal sehen, wie sich das auf die russischen Angriffe auswirken wird. Zum Abschluss eine interessante Entwicklung hinter der Frontlinie. Ein russischer Militärblogger beschreibt die Zukunft des privaten Militärunternehmens Wagner. Angeblich laufen aktuell Verhandlungen darüber, wer der neue Kopf der Gruppe werden wird. Die Hauptkandidaten sind einmal Pavel Prigozhin, der Sohn von Evgeny Prigozhin, dem vorherigen Anführer der Gruppe, der am 23. August bei einem Flugzeugabsturz getötet wurde. Der nächste Kandidat soll Viktor Zolotov sein, der aktuelle Direktor der russischen Nationalgarde Roskwardia. Zudem sollen die Politiker Matvienko und Diumin zur Auswahl stehen. Die Wagner-Gruppe soll offiziell eine Einheit der russischen Nationalgarde werden. Alle Mitarbeiter sollen einen neuen Vertrag abschließen. Die Struktur, die Arbeitsordnung und die Kommandeure bleiben allerdings gleich. Ein neuer Stützpunkt wird angeblich in der Region der sogenannten speziellen Militäroperation errichtet, also irgendwo in der Nähe oder in der Ukraine. Es werden ehemalige Angestellte aus der Reserve eingezogen und auch neues Personal wird angeworben. Die Altersgrenze wird auf 20 bis 55 gesetzt. Ehemalige Mitglieder, die nach Prigozins Aufstand als Verräter eingestuft wurden, bekommen keine zweite Chance. Ob das alles so stimmt, können wir natürlich nicht überprüfen. Offiziell gab es noch keine Aussagen. In jedem Fall ist das ein Szenario, welches mir persönlich realistisch scheint. Man nutzt die Reputation der Wagner-Gruppe, um möglichst viele Freiwillige einzuberufen. So kann Russland eine weitere Teilmobilisierung weiter hinaus zögern. Und diese Einheit setzt man dann mit erfahrenen Kommandeuren an bestimmten Frontabschnitten ein, ähnlich wie Prigozins es um Bachmut gemacht hat. Es wäre also zusammengefasst gut möglich, dass wir in den kommenden Monaten die Wagner-Gruppe als vollständig untergeordnete Struktur in der Ukraine sehen werden. Das wäre erstmal alles für diese Kalenderwoche. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie doch gerne einen Daumen nach oben da. Noch mehr würde ich mich über ein App auf meinem Kanal freuen. Ich berichte täglich aus der Ukraine und versuche dabei, möglichst neutral zu bleiben. Ich bedanke mich nochmal bei allen Unterstützern des Kanals und auch für das regelmäßige Trinkgeld. Und ansonsten hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Abend. Und...